Schwer, Munition kaufen, Panzer umkaufen und los geht's. Ziemlich stürmisch da in Basel, dass es windet, ein Tiefdruckgebiet das da kommt und eben Kälte bringt. Wir haben einen Tiefdruckgebiet, mein Freund. Ich finde, die Brüderin ist, dass wir eine Situation hier haben. Unsere Intelligenz-Departement hat eine gewisse Kompetition in der Trippin' Balls-Business. Hempies, fresh meat, das ganze Stadt ist infestiert mit ihnen. Once upon a time, hippies waren freaks, goddammit, and murderers, cult-leaders, trying to get into the record-business. Now, they've all got MBAs, trust funds, jobs that I find. These fuckstains are Corporate America in a stupid fedora, but on watered-down acid, like it's a fucking herbal remedy. It's everything we stand against. We've got to take them out. I'm already in position with a few troopers. Aren't you Tiefdruck? I think I can control myself till you get here, but you better hurry. Is that you? All right! Let's pull the Treadblocks off these assholes! Destroy every piece of equipment in those depths! We're brain damage. You see? These Corporate Hempfuckers are all peace and love until someone threatens their bottom line. Then the peace signs go away and all of our weapons come out. Fuck em, fuck em, fuck em! Keep it up! I want help! I want help! Oh, my God! Oh! 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 Das ist ein guter Weg, man. Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 In regelmäßiger Abfolge kommen da neue Gegnerfahrzeuge. Bin ich noch auf dem richtigen Weg? Ja, bin ich noch. So, jetzt mal den Chat lesen. Da kann es mir helfen, dass ich auf Trovo streamen kann. Das kann jeder auf Trovo streamen. Brauchst du meine Hilfe nicht? Denke ich, oder? Hier oben durch? Ja, muss ich. Ich muss jetzt auf den Berg hoch. Du kennst die Ultras. Balls out. No Wi-Fi kind of people. Es gibt viel zu like. Aber wenn sie mit diesen Half-Bed Hippies sind, sie gehen zusammen. Die Leute sind sehr gut. Die Leute sind sehr gut. Die Leute sind sehr gut. Ich bin jetzt für ein Bad Coke. Ich habe noch eine Abkürzung zu früh, eine Abzweigung zu früh. Ich habe noch eine Abkürzung, eine Abkürzung, eine Abkürzung zu lassen. Nein, also. Das war es gewesen. Ich habe noch eine Abkürzung.